Fehler im Rentenanpassungsbescheid 2022, der keiner ist. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe via Mail folgende Anfrage erhalten, sehr interessant. Ich habe meinen neuen Rentenanpassungsbescheid zum 01.07.2022 erhalten. Die bisherige Brutto-Rente beträgt 1.086,20 Euro. Ab dem 01.07.2022 sind es dann 1.150 und 41 Cent. Da ich Ostrentner bin, müsste ich bei 6,12% mehr Rente auf 1.152,67 Euro kommen, statt der 1.150,41 Euro. Soll ich in Widerspruch gehen oder ist meine Berechnung falsch? Recht herzlichen Dank für Ihre Bemühungen. Und dann hat er uns noch ein Postskriptum geschickt und hat geschrieben, super gute Beiträge von Peter Knöppel auf YouTube. Herzlichen Dank zurück. Da ich Ihren Rentenanpassungsbescheid nicht in der Hand halte, kann ich nur zwei Dinge vermuten. Auf dem ersten Blick ist die Rentenanpassung von der Monatsrente 1.086,20 Euro um 6,12% auf 1.150,41 Euro nicht korrekt. Prozentual liegt hier im Dreisatz die Steigerung bei ganz konkret 5,91%. Es müssten also in Wirklichkeit 1.152,62 Euro Brutto-Rente ab dem 01.07.2022 sein. Also 2,21 Euro mehr Rente. Es kann aber auch einen anderen Grund geben, warum der Rentenanpassungsbescheid genau Ihre Altersrente so auswirft, wie sie drinsteht. Und der Grund wäre dann für mich naheliegend, auch hier meine Vermutung, Sie erhalten wahrscheinlich eine monatliche Gesamtrente, die sich aus einer Monatsteilrente West und Monatsteilrente Ost errechnet. Wenn man beide diese Monatsteilrenten mit den jeweiligen Rentenanpassungswerten zum 01.07.2022 berechnet, kann es sein, dass die vom Postrentenservice errechnete Monatsrente ab dem 01.07.2022 in Höhe von 1.150,41 Euro Brutto dann korrekt ist. So meine Antwort an den Kunden. Rückantwort des Fragestellers. Hallo Herr Knöppel, Sie haben es richtig vermutet, die Rente ist anteilig Ost-West. Daher die Differenz. Recht herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Danke zurück. Also an alle Rentenbezieher, die die Rentenanpassungsbescheide erhalten haben, jetzt bitte Ihre Rentenanpassungsbescheide genau prüfen. Stimmen die neuen Renten auch tatsächlich mit den entsprechenden Rentenwerten, die ab dem 01.07.2022 für Ost und West gelten. Bitte nicht vergessen, Ihre Monatsrente kann sich aus einer Monatsteilrente West und Ost zusammensetzen. Und deshalb können eventuell die totalen prozentualen Werte der Gesamtrente nicht mit Ihren Rentenwerten oder Rentenanpassungswerten übereinstimmen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel 準備 Byzanz tactic. Und hier ist die dristebudene Welt. Und zwar zu diesem Thema. 蘇 COEBel Emil wenn ich die nächste Woche히efüge überminrelcampuche und erobterEs ist noch etwas zu zu tern